Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir und zwar dieses Mal wieder aus dem LS19, Nordrisch Marschprojekt, einen wunderschönen Mittag wünsche ich euch in der letzten Folge sind wir beim Ansehen stehen geblieben, das ist jetzt schon fertig, jetzt ist schon wachsen, jetzt müssen wir düngen, den habe ich schon einmal da hergestellt, vielleicht stellen wir jetzt ein, der braucht noch 10 Minuten und ja dann schauen wir weiter was wir noch zu machen haben, bei den Tieren glaube ich müssen wir noch ausmisten, ja ich hoffe es hat euch die letzte Folge gefallen und ja dann machen wir da weiter wo wir das letzte Mal aufgehört haben So, da ist nichts zum ausmisten, was brauchen denn die Kühe, die brauchen eigentlich nichts außer Strom und Wasser, aber das geht noch, das geht auch noch Es ist erntereif Dann würde ich sagen Mähn mal wieder das Gras würde ich sagen Und zwar schnappen wir uns den Kollegen da und dann werden wir mal das Gras wieder nehmen So, da ist vorhin noch ein Onsyntheticon, in der letzten Folge, da ist er da wieder eingeschwunden Und dann, ja, müssen wir mal den Geräter angucken Und dann geht es weiter So, dann würde ich so, schau mal an, wo es dann so geht Und dann würde ich so, schau mal an, wo es dann so geht Und dann würde ich hier einen Schlagnuss nehmen So, dann schauen wir mal an So, schauen wir mal an So, es geht ja schon. Und wenn wir jetzt nicht mehr durchschnallen werden, dann können wir durchschnallen, und dann gehen wir durchschnallen, und dann verarbeiten, zu Silasche oder so. Und dann auch glaube ich trotzdem noch mal mit uns. So, es geht ja noch mal mit uns. Na ja, auch noch was kann man. So geht es eben wieder hin, dann kann ich mal wieder losgehen aufzunehmen. So, es geht ja noch mal mit uns. Was ist das? Jemand ist so schön, Sieg wieder prachter. 5 Uhr. Über den Mord geht zum Mord haben. Duellpfand, glaube ich, hast du. Geht's euch gern, aber los. 5 Uhr drin. Wird er gleich los die Spür? Boah. Täuschhaft. So geht's eben dahinter. Dann werden wir das Mord und Schwaden. Und dann werden wir wieder zu Silavi bearbeiten. So geht's eben dahinter. Dann müssen wir, glaube ich, schauen, was so noch zu tun ist. Dann wird es eh immer reichen. Aber ich glaube, das ist ja nicht so. Aber ich glaube, das zeigt euch einfach, was es nicht so einsteht. Und dann werden wir die Tümpel auf 9,5. Aber ich glaube, das ist ja auch noch ein bisschen. Aber ich glaube, das geht auch noch. bevor es in den Schnee wird, wenn es regnet. In denen wünsche, ihr habt es kurz mal als nächstes morgen den Scherz auch gerne mit dem Tag rein. Dann schauen wir gerne an. Wenn ihr noch morgen vorstellt, ihr habt es auch gerne mit dem Tag rein. Schau jetzt mal an und dann bis zum nächsten Mal. Und vielen vielen Dank für euren Mieter-Sweetback und ein letztes Video. Das macht mich so happy, wenn ihr das Video in diesem Mieter-Kommentare lesen könnt. Aber vielen vielen Dank für euren Mieter-Sweetback und ein letztes Video. Das macht mich so happy, wenn ihr das Video in diesem Mieter-Kommentare lesen könnt. Jetztıyor man an der Basis-Kippe. Dann haben wir eine Basis-Kippe. Dann gehen wir bei einem Satil-Kippe-Kippe. So, und dann können wir uns dann Schwager und um die Wegen von mir mitbringen und wir holen den Szenarchen, und jetzt die Volksgeschichte eigentlich wieder verpeilet und der Burdur muss zum Ende sein. So, we did stuff up, we did it after that, it's our day session, I think we need to Das ist ein paar Schmack, die kommen nach links und die können dann immer wieder entspannen. Das ist ein paar Schmack, die wir jetzt haben. Das ist ein paar Schmack. 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 Das ist ein paar Schmack.